Wir haben gesehen, dass es neben dem Grundtatbestand aus § 223 StGB noch weitere Tatbestände gibt, die auch mit der Körperverletzung im Zusammenhang stehen und auch die Körperverletzung aus § 223 voraussetzen. Also der § 223 ist die Basis. Und in diesem Video geht es um die Qualifikation nach § 224, also die gefährliche Körperverletzung. Und der Aufbau ist identisch mit dem aus § 223 StGB. Alles ist dasselbe, nur ihr müsst einmal noch einen zusätzlichen Prüfpunkt machen, nämlich, ja, ist eine der Nummern aus § 224 hier erfüllt? Wenn ja, dann ist der § 224 StGB zu bejahen. Und natürlich muss sich der Vorsatz auch auf die Qualifikation, ja, beziehen, aber das kennen wir ja schon aus dem Strafrecht AT. Das ist ein allgemeiner Grundsatz des Strafrechts. Gut, fangen wir an mit der Nummer 1 aus dem § 224 StGB. Es muss ein gesundheitsschädlicher Stoff oder Gift beigebracht werden. So, hier an der Formulierung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen seht ihr, dass gesundheitsschädliche Stoffe, das ist der Oberbegriff. Deswegen würde ich auch nur diesen Oberbegriff lernen als Definition. Die Definition von Gift ist irgendwie ganz komisch mit so, ja, ist eine ganz lange Definition. Die müsst ihr aber auch gar nicht lernen, weil ein Gift ist natürlich ein gesundheitsschädlicher Stoff. Die Definition ist wie folgt, ein gesundheitsschädlicher Stoff ist ein Stoff, der unter den konkreten Bedingungen geeignet ist, eine erhebliche Gesundheitsschädigung herbeizuführen. Das bedeutet, wenn irgendwie jemand ein bisschen Wodka in die Cola mischt, dann ist das keine Beibringung eines gesundheitsschädlichen Stoffes, weil das ist halt nur eine kleine Menge Alkohol und das führt dann natürlich nicht zu erheblichen, und das ist nicht geeignet, erhebliche Gesundheitsschädigung herbeizuführen. Wenn aber, das war glaube ich in meiner ersten Strafrechtsklausur so, da wurde der komplett abgefüllt, also wirklich nicht nur ein bisschen Wodka, sondern der wurde, ja, also da war eine Flasche oder so, hat der ja bestimmt bekommen. Und das ist natürlich unter den konkreten Bedingungen geeignet, eine erhebliche Gesundheitsschädigung herbeizuführen. Und deswegen war in meiner, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Probeklausur war, in meiner Strafrechtsklausur war jedenfalls der 224 zu bejahen. Okay, dann zweite Voraussetzung, also Nummer 1 hat zwei Voraussetzungen. Wir brauchen einen gesundheitsschädlichen Stoff und der muss beigebracht werden. Wann liegt ein Beibringen vor? Ein Beibringen liegt dann vor, wenn der Stoff halt so verwendet wird, dass er seine Wirkung entfalten kann, also dass er, ja, die gesundheitsschädigende Wirkung herbeiführen kann. Diese Definition müsst ihr nicht auswendig lernen, die kann man auch improvisieren. Ein Beispiel für das Beibringen wäre auch das Überschütten mit kochendem Öl. Das ist natürlich, kochendes Öl ist natürlich ein gesundheitsschädlicher Stoff, der unter den konkreten Bedingungen geeignet ist, eine erhebliche Gesundheitsschädigung herbeizuführen. Und wenn ich damit überschüttet werde, dann, ja, entfaltet das diese thermische Wirkung, also diese, ja, heiße Wirkung, meine Haut verbrennt. Und, ja, dementsprechend liegt dann ein Beibringen vor. Dann zwei Punkte noch, die ich hier ansprechen möchte. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Gift und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen. Wie machen wir das jetzt in der Klausur? In der Klausur würde ich wie folgt vorgehen. Wenn im Sachverhalt steht Rattengift, Nervengift, Salzsäure, also wirklich, ja, wo ihr denkt, ja, das ist ein Gift, dann sagt ihr, ja, 224, Absatz 1, Nummer 1, Variante 1, also das Gift liegt hier vor. Okay. Wenn ihr aber nicht sowas wirklich Offensichtliches habt im Sachverhalt, sondern beispielsweise Salz in hohen Mengen oder ein HIV oder zerstoßenes Glas oder, ja, kochendes Öl zum Beispiel, all das sind keine Gifte, sondern das sind andere gesundheitsschädliche Stoffe. Ja, okay, ja, bevor ich zu dem zweiten Punkt komme, möchte ich eigentlich meinen Lieblingsfall noch im Strafrecht hier erläutern. Und das ist der Salzpudding-Fall. Den lohnt es sich wirklich mal gehört zu haben, weil den kann man auch immer gut seinen Freunden erklären. Also da waren eine Mutter und ihre, ja, keine Ahnung, 5-jährige Tochter, sagen wir mal, und die haben Pudding gebacken, gemacht. Und die Tochter, die hat jetzt Zucker und Salz verwechselt. Und anstatt 200 Gramm Zucker hat die halt 200 Gramm Salz in den Pudding getan. Und, ja, der Pudding war irgendwann fertig. Und dann hat sie das probiert, hat einen Löffel davon genommen und hat da gesagt, bäh, es schmeckt ja überhaupt nicht. Das ist voll versalzen. Und jetzt kommt dieser interessante Teil. Die Mutter sagt dann zu ihrer Tochter, als erzieherische Maßnahme isst du das jetzt auf. und damit du das halt in Zukunft nie wieder verwechseln wirst. Und jetzt isst die Tochter den Pudding und, ja, ihr wird irgendwann schlecht und sie mag das überhaupt nicht mehr und sie bekommt Brechreize und irgendwann verliert sie ihr Bewusstsein. So, und die Mutter ist natürlich dann aufgebracht und, ja, fährt die Tochter zum Krankenhaus. Aber dort verstirbt die Tochter an Dehydration. Und ihr seht es hier, Aufnahmen von 0,5 bis 1 Gramm Kochsalz pro Kilogramm Körpergewicht wirken tödlich. Das ist natürlich jetzt, ja, jeder, der dieses Video schaut, da ist das eigentlich ausgeschlossen, dass wir an Dehydration wegen zu viel Salz sterben. Aber bei Kleinkindern, die halt nicht so viel wiegen, da kann es dann doch schon mal schnell vorkommen, dass, keine Ahnung, 10, 12 Gramm Salz gegessen werden. Und das ist dann tödlich. Okay, also ein toller Fall für Freunde und Familie. Dann der zweite Punkt, auf den ich hier nochmal ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Das ist die Unterscheidung zwischen der Nummer 1, die wir uns jetzt gerade anschauen, und der Nummer 2, zu der wir gleich kommen werden. Und diese Unterscheidung zwischen den gesundheitsschädlichen Stoffen und den sonstigen gefährlichen Werkzeugen, diese Unterscheidung ist kaum möglich. Und diese Unterscheidung ist aber auch überhaupt nicht erforderlich. So im Kommentar. Und dem stimme ich hier vollumfänglich zu natürlich. Zum Beispiel, der BGH hat mal gesagt, dass K.O.-Tropfen, das fällt nicht unter die Nummer 1, sondern unter ein sonstiges gefährliches Werkzeug. Okay, kann man so sehen. Und auf der anderen Seite, das Landgericht Osnabrück, das hat eine Alkoholintoxikation als Nummer 2 auch gewertet. Und da würde ich auch denken, hey, wird nicht immer gesagt, dass Alkohol ein Nervengift ist? Ja, keine Ahnung. Und da würde ich in der Klausur wäre, in diesem Fall und auch in meiner Strafrechtsklausur im ersten oder zweiten, nee, im dritten Semester muss es gewesen sein, genau, im dritten Semester, ja, da dachte ich bei Alkohol an Gift. Und das war auch richtig. Also da gibt es, ja, Hauptsache ihr seht, dass in der Klausur den 224 und letztendlich ist es dann mehr oder weniger egal, ob ihr euch für die Nummer 1 oder die Nummer 2 entscheidet. Ihr könnt natürlich, ihr müsst ein Gutachten machen, ihr könnt natürlich auch sagen, dass Alkohol unter die Nummer 1 und unter die Nummer 2 fällt. Das gleiche bei K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen ist wohl ein gesundheitsschädlicher Stoff, oder? Würde ich sagen. Ist geeignet, eine erhebliche Gesundheit schädlich. Ja, ist Ohnmacht. Und es führt ja zu Ohnmacht. Ja, ich kenne mich jetzt auch nicht in den Wirkungen aus, aber bestimmt auch vertretbar, die K.O.-Tropfen unter Nummer 1 zu fassen. Okay, dann kommen wir zu der Nummer 2 und die Nummer 2, das ist so die berühmte Nummer aus dem 224 und darin steht, wer die Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges begeht, der macht sich wegen gefährlicher Körperverletzung strafbar. So, jetzt stellt sich die Frage, was ist eine Waffe und noch viel wichtiger für euch, was ist ein gefährliches Werkzeug? Eine Waffe ist relativ einfach zu definieren. Eine Waffe ist dazu bestimmt, Verletzungen herbeizuführen. Diese Definition müsst ihr nicht auswendig lernen. Ihr könnt einfach den §1 Absatz 2 Waffengesetz ja, euch daneben kommentieren und darin steht, Waffen sind Nummer 1 Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände und Nummer 2 tragbare Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, ja, Menschen halt Schaden zuzufügen oder, ja, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, also, die dazu bestimmt sind, Menschen wehzutun auf Deutsch. Das ist eine Waffe und, genau, da müsst ihr euch diese Definition nicht merken. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, wenn ihr die Definition könnt, natürlich. Okay, wichtiger ist es, die Variante 2 zu kennen. Was ist ein gefährliches Werkzeug? Und diese Definition, die müsst ihr wirklich auch im Koma können. Jeder bewegliche Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit und der Art seiner Benutzung im konkreten Fall dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen hervorzurufen. Erhebliche Verletzungen hervorzurufen. Das ist ein gefährliches Werkzeug. Diese Definition müsst ihr auswendig lernen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber die ist relativ, ja, ich fand die immer ziemlich gut, ja, merkbar, weil man kann sich merken, okay, erstmal muss dieser Gegenstand objektiv beschaffen, gefährlich sein, und dann zweimal diese Konkretheit, nämlich im konkreten Fall muss die Art der Benutzung, diese konkrete Art, wie der Gegenstand benutzt wird, also, wenn ich die Lampe über den Kopf meines Opfers ziehe, dann ist natürlich diese konkrete Benutzung in diesem konkreten Fall geeignet, erhebliche Verletzungen hervorzurufen. Genau, Beispiele, Bügeleisen, Schere, Hammer, eine Lampe oder auch natürlich ein aufgehetzter Hund, weil ein Hund ist ja eine Sache im Sinne des Strafrechts. Und, ja, obwohl im Strafrecht gilt ja dieser, ja, dieser eigenbestimmte Sachenbegriff und deswegen kann man diesen Tierbegriff aus 90a BGB ja nicht übernehmen, aber okay, dazu verweise ich mal auf meine Strafrecht-AT-Reihe. Gut, hier gibt es jetzt noch zwei Probleme. Erstes Problem sind nur bewegliche Gegenstände, gefährliche Werkzeuge. Ein Beispiel, der Bodybuilder T wirft den gebrechlichen Opa O gegen eine Hauswand. So, ist das hier der 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2? Die Antwort ist Nein, weil die herrschende Meinung sagt, Werkzeug, das muss irgendwie was Bewegliches sein. Das ist ein Wortlautargument. Werkzeug, das ist keine Wand. Also, finde ich auch ziemlich einleuchtend. Okay. Zweites Beispiel. Danach jagt der T den O durch eine Dornenhecke. Das tut natürlich weh, aber auch hier wieder eine Dornenhecke, die steht da einfach nur rum, die macht nichts, das ist nichts Bewegliches und deswegen würde auch die herrschende Meinung hier sagen, das ist kein Fall des 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2. Aber, wenn der T jetzt einen Dornenzweig von dieser Hecke ja abreißt und dann dem O hinterher rennt und dann den O mit diesem Dornenzweig ja, ins Gesicht schlägt, dann ist das natürlich eine, dann ist die Qualifikation gegeben. Auch ein Klassikerproblem bei diesem 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 ist die Frage, ob ein beschuter Fuß ein gefährliches Werkzeug ist. T tritt den O mit gepanzerten Stiefeln ins Gesicht. Ist das hier ein 224 Absatz 1 Nummer 2? Die Antwort ist ja. Weil, ihr müsst hier im Sachverhalt die Umstände analysieren. Wenn es auf dieses Problem im Sachverhalt hinausläuft, dann gibt es immer noch mehrere Angaben dazu im Sachverhalt. Nämlich insbesondere, wie ist dieser Schuh beschaffen. wenn im Sachverhalt steht Springerstiefel, die sind meistens ja, sehr feste Schuhwerk. Ich meine sogar, dass die Stahlkappen haben. Vielleicht vertue ich mich auch. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn es im Sachverhalt Angaben zu dem Schuhwerk gibt, dann müsst ihr das natürlich auswerten und dann euch fragen, ja, ist das hier, ist die objektive Beschaffenheit dieses beweglichen Gegenständes in der konkreten Situation dazu geeignet, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Ihr müsst einfach nur unter die Definition ja, subsumieren. Bei einem Sportschuh, der trägt den luftigen Sportschuh von Adidas, da würde ich sagen, objektive Beschaffenheit Minus. Genau, hier seht ihr auch nochmal zwei Beispiele aus der Rechtsprechung, ja, ist jetzt nicht so relevant. Dann komme ich noch ganz kurz zu dem ärztlichen Heileingriff, da möchte ich auch nicht so viel Zeit drauf verlieren, weil, ja, das ist nicht so klausurrelevant. Die Frage ist, erfüllen ärztliche Heileingriffe überhaupt den Tatbestand der 223 fortfolgende STGB, also auch der einfachen Körperverletzung. Und hier, also ihr könnt natürlich noch andere Ansichten aufmachen, wenn ihr irgendwie zu viel Zeit habt, aber meiner Meinung nach müsst ihr das gar nicht mehr machen. Die herrschende Meinung ist wirklich sehr gefestigt und die herrschende Meinung sagt, ja, wenn ein Arzt mir mit einem Skalpell das Muttermal entfernt, also der schneidet ja dann so um das Muttermal so herum und schneidet mir so Haut ab. Beispielsweise es gibt natürlich noch, wenn der mir den Bauch öffnet und was weiß ich in der Chirurgie, was da alles gemacht wird, das ist eine Körperverletzung nach 223 stgb. Diese körperverletzung ist aber gerechtfertigt, weil ich habe natürlich eingewilligt. Der Arzt hat mir vorher irgendwie so einen Zettel gegeben, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, bei mir wurden mal Muttermaler entfernt und da habe ich dann irgendwie 3-4 Seiten bekommen mit Informationen, wo dann halt alles genannt wird und der Arzt hat oder die Ärztin in dem Fall, die hat mich auch noch vorher natürlich aufgeklärt und dass ich betäub, lokale Betäubung, also ich bin noch wach, aber bla 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 und deswegen war das eine Körperverletzung, was sie da gemacht hat, aber das war gerechtfertigt. Okay und Argument natürlich hier, warum diese Lösung so toll ist, die Lösung ist deshalb so toll und auch vom BGH bevorzugt, weil mit dieser Lösung birgt man den Ärzten eine Aufklärungspflicht auf. Das heißt, die Ärzte müssen gut aufklären, weil wenn ich nicht aufgeklärt werde, dann ist meine Einwilligung ja mangelhaft oder fehlerbehaftet und dann kommt man ganz schnell in die Strafbarkeit rein, der Arzt kommt dann ganz schnell in die Strafbarkeit rein, das ist ein Argument für diese Ansicht und zusätzlich natürlich mein Lieblingsargument im ganzen Jurastudium, im Zivilrecht ist es die Privatautonomie und hier im Strafrecht ist es das Selbstbestimmungsrecht. Wenn ich sage, hey, du darfst mir ein bisschen Haut abschneiden, dann muss man das respektieren, das ist mein Selbstbestimmungsrecht, ich darf über meine körperliche Unversehrtheit disponieren und deswegen ja, ist das eine tolle Lösung und auch die Herrschemeinung ist definitiv vorzugswürdig gegenüber allen anderen Ansichten. Gut, das war es jetzt eigentlich dazu noch, ich komme nochmal zu dem 224 Absatz 1 Nummer 2 in diesem Zusammenhang mit dem ärztlichen Heil-Eingriff, weil die Ärztin hat ja in meinem Fall ja einen Skalpell benutzt beispielsweise und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das Skalpell ein gefährliches Werkzeug? Und ja, es gibt Ansichten, die sagen, ja, aber der BGH und auch die wohlherrschende Lehre sagt, nein, ein gefährliches Werkzeug muss zu Angriffszwecken oder Verteidigungszwecken benutzt werden und ja, und zusätzlich, wenn ein Arzt irgendwie was macht, einen Heileingriff macht, dann verbessert das natürlich auf lange Sicht gesehen meine Gesundheitslage und deswegen ist ein benutztes Skalpell vom Arzt, das ist kein gefährliches Werkzeug, der Arzt begeht keine gefährliche Körperverletzung sondern nur eine einfache Körperverletzung nach 223 StGB die dann aber über die Einwilligung gerechtfertigt ist hier nochmal eine interessante Anmerkung die ich im Kommentar gelesen habe wenn kein Arzt ein Skalpell benutzt dann ist das natürlich ein gefährliches Werkzeug also wenn der Täter T der von Beruf aus Elektriker ist wenn der natürlich mit einem Skalpell auf mich zurennt und mir da irgendwie Schaden zufügen möchte dann verwirklicht das natürlich den Tatbestand von 224 Absatz 1 Nummer 2 StGB Gut dann kommen wir Angriffs Angriffs zu verdecken und die Verteidigung zu erschweren hier ja also bei diesem hinterlistigen Überfall dieser Überfall das werdet ihr in der Klausur definitiv improvisieren können das ja wenn der im Gebüsch wartet oder so und dann auf mich ja und dann mich angreift dann ist das natürlich ein Überfall was mir wichtig ist das ist dieses Hinterlistik das Hinterlistik das ist auch eine hinterlistige Voraussetzung und zwar müsst ihr hier wirklich aufpassen ihr solltet diese Definition meiner Meinung nach auswendig lernen weil das ist schwierig zunächst einmal muss die Angriffsabsicht verdeckt werden das ist die erste Voraussetzung von diesem Hinterlistik das ist auch meistens jetzt nicht so problematisch weil wenn ich ja im Gebüsch warte und der sieht mich nicht ja dann verdecke ich natürlich meine Angriffsabsicht also ja das ist nicht so wirklich problematisch in der Klausur kann es sich auch so darstellen dass der Täter erst mal freundlich gegenüber dem Opfer auftritt also irgendwie sagt hey wie geht's dir schönes Wetter heute hast du gehört wie Bayern gespielt hat und so weiter und man ist so ganz freundlich erst mal die ersten 15 20 Minuten und dann und verdeckt dadurch seine Angriffsabsicht und zweitens und das ist die zweite und die wichtigere Voraussetzung diese dieses Verhalten vom Täter muss planmäßig sein das heißt der Täter muss die ganze Zeit diesen Plan gehabt haben es reicht nicht aus einen Überraschungsmoment auszunutzen das war in meiner Klaus ja oder zumindest im Tutorium Fall war es mal so dass der einfach nur diesen Überraschungsmoment ausgenutzt hat das reicht aber nicht aus der hat halt gesehen oh der ist gerade passt da gerade nicht auf und nutzt diesen Moment aus das reicht nicht aus man muss schon vorher diesen Plan ausgeheckt haben und ja ich warte im Gebüsch und ja versteckt mich und dann wenn er sich umgedreht hat dann gehe ich auf den zu das wäre ein planmäßiges Vorgehen was insgesamt auch hinterlistig ist hier seht ihr ein paar Beispiele auflauern hinter einem Baum oder einem Strauch oder auf einem Garagenhof heimliches Verabreichen von K.O. Tropfen oder anderen Bewusstseins eintrübenden Mitteln oder Wiegen des Opfers in Sorglosigkeit durch Vortäuschen von Friedfertigkeit also ja das sind so alte Begriffe meine Güte ähm von Freundlichkeit halt ähm ja das habe ich auch gerade schon gesagt also wenn ich als Täter erstmal so sage ja wie ist das Wetter heute das Wetter schön heute und ja das war richtig toll was du gemacht hast und was weiß ich man ist halt freundlich so Gegenbeispiele und die sind mir noch viel wichtiger das bloße Verstecken hinter einem Gebüsch mit Angriff von hinten um einer Entdeckung zu entgehen denn das Verstecken diente nicht dem planmäßigen Verbergen einer Angriffsabsicht das da wurde der 224 Absatz 1 Nummer 3 verneint und ihr seht es hier an diesem zweiten Halbsatz der 224 1 Nummer 3 wurde hier verneint weil der Täter hatte nicht vorher diesen Plan ausgeheckt der hat sich einfach nur ja es hat sich es kam ihm gerade gelegen dass da halt ein Busch war ein Gebüsch war und hat das genutzt um dann einen Angriff von hinten zu starten das war aber kein planmäßiges Verbergen einer Angriffsabsicht so zweites Beispiel die bloße Ausnutzung des Umstandes dass das Opfer arglos ist und dem Täter den Rücken zudreht auch hier seht ihr wieder das ist einfach nur ein Moment das war kein planmäßiges Vorgehen drittes Gegenbeispiel wo der 224 1 Nummer 3 wieder nicht vorliegt ein plötzlicher Angriff von hinten oder viertens das Ausnutzen des Überraschungsmomentes zum Beispiel wenn das Opfer aufgrund des Klingelns des Täters die Haustür öffnet auch das da ist man wer ist das denn und plötzlich habe ich schon eine Faust im Gesicht also das reicht nicht aus um die Nummer 3 zu bejahen ich denke das ist klar geworden also dieses planmäßige Vorgehen das ist wirklich wichtig und auch diese Angriffsabsicht muss planmäßig verdeckt werden das habt ihr hier an diesem ersten Beispiel gesehen gut Nummer 4 die ist ziemlich wichtig weil in der Klausur gibt es ja zumindest im Staatsexamen meistens gibt es ja mehrere Täter oder zumindest mehrere Beteiligte muss ich sagen und jetzt stellt sich die Frage ja wann wird die Körperverletzung mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich verübt hier wenn ihr Beteiligter hört müsst ihr unbedingt an den 28 StGB denken und genauer gesagt an den 28 Absatz 2 StGB da steht nämlich drin dass Beteiligte Täter und Teilnehmer sind und was Teilnehmer sind das steht ja dann im 28 Absatz 1 so diese Konsequenz müsst ihr euch oder das müsst ihr euch hier nochmal wirklich vor Augen führen hier steht drin Beteiligte daraus folgt dass gemeinschaftlich wie es hier in der Nummer 4 steht das meint nicht die Mittäterschaft hier steht man könnte ja denken hier steht gemeinschaftlich gemeinschaftlich das erinnert mich an die Mittäterschaft aus 25 Absatz 2 dem ist aber nicht so sondern dieses Beteiligte was davor steht das zeigt an dass die beiden die in der Klausur sind die müssen nicht Mittäter sein sondern wenn einer Täter ist und der andere Gehilfe dann kann das ausreichen um die Nummer 4 zu bejahen das ist schön wenn ihr das in der Klausur so herleitet hier könnt ihr auch mit dem Sinn und Zweck der Norm argumentieren und zwar natürlich möchte der 224 1 Nummer 4 schützen dass wenn mehrere beteiligt sind dann ist das natürlich schlecht für unser Opfer weil ja mehrere beteiligte meint auch eine höhere Gefahr und auch weniger Potenzial sich zu wehren deswegen ist der 224 Absatz 1 Nummer 4 unter ja deswegen wird das höher bestraft genau Folge habe ich schon gesagt ein Gehilfe kann genügen also Beihilfe kann genügen wenn er die Wirkung der Körperverletzung verstärkt aber die bloße Anwesenheit oder psychische Beihilfe reicht nicht aus sondern es muss eine gefahrerhöhende Mitwirkung hier vorliegen das heißt schauen wir uns mal ein Beispiel an was ich toll finde der weit entfernte Beteiligte macht das Opfer die Schläge des Täters wehrlos hinzunehmen indem er es telefonisch für den Fall der Gegenwehr mit der Aktivierung eines Sprengkapsel Implantates oder mit einem Angriff auf Angehörige bedroht also nochmal auf Deutsch der Täter steht vor dem Opfer und schlägt auf das Opfer ein daneben haben wir aber auch noch ein Gehilfen und dieser Gehilfe telefoniert mit dem Opfer oder der ist auf Lautsprecher und der sagt du musst das hier was der Täter macht hinnehmen sonst explodiert deine ganze Familie und da ist der weit entfernte Beteiligte der ist hier nur Gehilfe nehmen wir mal an dass diese Plus Minus Regel bei der Mittäterschaft hier nicht gegeben ist also der ist hier nur Gehilfe und trotzdem reicht das aus um die Nummer 4 zu bejahen ok genau ein weiteres Beispiel wenn der Gehilfe am Tatort präsent ist und das Opfer durch Vorhalten einer Schusswaffe zum Stillhalten nötigt also wieder zwei Leute der eine schlägt auf mich ein der andere hat eine Waffe und zielt damit auf mich da wehre ich mich natürlich nicht weil ja ich will nicht abgeschossen werden und ja deswegen nehme ich die Schläge hin auch das wäre ein Fall von dem 224 Absatz 1 Nummer 4 perfekt und damit kommen wir zu der letzten Nummer der Nummer 5 die lebensgefährdende Behandlung und diese Nummer mag ich überhaupt nicht weil hier gibt es so einen richtig unnötigen Streit also ok aber wir kommen zu diesem Streit erst mal die Nummer 5 die sagt mittels eines mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung also wenn die Körperverletzung irgendwie das Leben gefährdet dann ist die Qualifikation von 224 erfüllt gut das Problem was sich hier stellt bei dieser Nummer 5 das ist die Frage muss die lebensgefährdende Behandlung abstrakt oder konkret lebensgefährlich sein und ja in der Klausur ist es so dass in 99,9999999% der Fälle könnt ihr einfach könnt ihr wirklich sagen hey dieser Streit entscheid ob die Behandlung abstrakt oder konkret lebensgefährlich sein muss kann dahin stehen weil die konkrete Verletzungshandlung hier in der Klausur der Schuss ja in den Brustbereich der ist sowohl abstrakt als auch konkret lebensgefährlich daher Streitentscheid ist entbehrlich Punkt wenn mir jemand mit einer Pistole in meinen Brustbereich schießt ja dann ist das natürlich abstrakt und konkret lebensgefährlich ganz klar hier gibt es ja bei diesem Streit gibt es jetzt sozusagen zwei Problemkonstellationen dann wird das klar was hiermit gemeint wird erste Konstellation eine objektiv ungefährliche Handlung die aber ausnahmsweise für dieses konkrete Opfer konkret lebensgefährlich ist Beispiel T schlägt O ins Gesicht normalerweise gehen die Opfer nur zu Boden und haben eine blutige Nase ja und sind halt ein bisschen betäubt und ja O jetzt in diesem konkreten Fall hat der O aber eine genetisch bedingte Krankheit und diese Krankheit hat zur Folge dass er eine extrem dünne Schädeldecke hat und deswegen erleidet O durch diesen Schlag ins Gesicht einen Schädelbruch und deswegen ist das dann konkret lebensgefährlich aber eigentlich ist ein Schlag ins Gesicht abstrakt nicht lebensgefährlich und deswegen das wäre so eine Problemkonstellation wo es eine Streit entscheides ja Bedürfen müsste Bedürfte in der Klausur Zweite Problemkonstellation ein objektiv gefährliches Verhalten was aber ausnahmsweise aufgrund der konkreten Umstände ja nicht gefährlich ist Beispiel der T fährt absichtlich mit hoher Geschwindigkeit auf den O zu ein Ausweichen ist unmöglich O ist aber beruflich Stuntman und kann sich daher einer ernsthaften Verletzung entziehen also hier normalerweise wenn jemand mit hoher Geschwindigkeit auf mich zukommt ich bin kein Stuntman das ist definitiv abstrakt und auch konkret lebensgefährlich aber in diesem Fall ist es abstrakt lebensgefährlich natürlich aber weil der O ein Stuntman ist und der sich irgendwie ganz toll bewegt in diesem konkreten Fall deswegen ist es konkret nicht lebensgefährlich gewesen okay auch hier würde es eines Streitentscheides bedürfen okay ich denke das ist klar geworden dieses Problem hier gibt es zwei Ansichten die eine Ansicht die sagt es muss konkret lebensgefährlich sein und als Argument wird eben der erhöhte Strafrahmen von 224 StGB angeführt die herrschende Meinung sagt aber nein abstrakte lebensgefährlichkeit reicht aus und als Argument ist hier der Wortlaut eine gefährdende Behandlung steht im Gesetz und zudem und das ist noch das ist so dieses ja sehr bekannte Argument wenn eine konkrete Lebensgefahr vorliegen müsste so wie es die andere Ansicht ja propagiert dann ist eine Abgrenzung zu dem versuchten Totschlag kaum möglich oder überhaupt nicht möglich und deswegen ist die herrschende Meinung zu bevorzugen eine abstrakte Lebensgefährlichkeit reicht aus okay ah ja hier sehe ich hier noch Konkurrenzen ja ich ich verweise oder ich würde sagen Konkurrenzen lernt da einfach nur diese Grundlagen mein Grundlagen Video dazu sollte ausreichen ich habe in diesem Fall nur die Konkurrenzen hier nochmal erwähnt weil hier der 226 und auch der 227 da gibt es diese ungewöhnliche Konstellation der Konsumtion weil diese konsumieren den 224 StGB weil der Unrechtsgehalt von 224 StGB der wird typischerweise von 226 und 227 mit erfasst aber auch da gibt es andere Ansichten ja egal Konkurrenzen nicht so wichtig lernt die jedenfalls nicht irgendwie auswendig oder so das ist dumm gut hier seht ihr dann die Kontrollfragen und dann Fragen Kommentare könnt ihr unten da lassen ihr könnt gerne ein Like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis dann an